So, meine Freunde, was geht? Ich habe hier Milchcreme Croissants von John Peary. John Peary. Und ja, bevor wir natürlich anfangen, das Wichtigste zuerst, Croissants mit Milchcreme Füllung. Zutaten Weizenmehl, 30% Milchcreme, Zucker, Rapsöl, pflanzliche Fette, Öl, Palme, Kokosnuss, 5% Magermilchpulver, 5% Vollmilchpulver, 5% Süßmolkenpulver, 1% Butter, rein Fett. Emulgator, blablabla, Palmfett, Wasserzuckervollei, Emulgator noch mehr, blablabla, kann Spuren von Schalenfrüchten, Erdnüssen und Soja enthalten. Vor Wärme schützen und trocken lagern. Sag mal, Leute, was soll ich denn da? Packung enthält 5 Stück. Ist das richtig gut, das war? Träm ich lecker, zum Frühstück oder als süßer Pausensnack für zwischendurch. Guck mal. Was sagst du zum Mund? Ah! Was sagst du zu ihm? Pedigree. Was sagst du dazu? Guck mal, das war in den Schokokostis drin, so ein kleines Trink, sag mal, wollt ihr uns verarschen? So, Jungs, so sieht das Ganze natürlich aus. Ja, da steht, guck mal, was da steht. Und ja, jetzt drauf. Oh, lecker, schmecker. Zeig mal die Füllung von innen drin. Da kam noch keiner raus. Sag mal, willst du nicht verarschen, wo ist die Füllung? Hey, willst du nicht verarschen? So, wenig Füllung. Sag mal. Bei zwei Bissen war es schon in der Hälfte und da kam noch nichts. Sag mal, was soll das? Was soll der Geiz? Das soll alles sein. Und da kam noch nicht verarschen. sag mal was soll das noch machen das war es das war unterhaltsam und ja was haben wir dazu noch sagen obwohl das sind noch krümel